Musik Hallo und herzlich willkommen! Ähm, ja, also, äh, das hier ist scheißegal, wo ich hier gerade bin, ich bin auf irgendeiner Welt gerade gespawnt. Äh, ich will nur kurz ein kleines Infovideo machen, um so ein Standard-Info-Dings, war mir einfach zu langweilig. Also, folgendes, ähm, wir sind ja immer noch wegen dem Fantreff an dem Server am Schrauben, beziehungsweise die Admins sind immer noch am Schrauben und wir würden jetzt gerne mal die maximale Kapazität ausnutzen, beziehungsweise gucken, wie viel denn drauf passt. Wir haben ja schon mal einen Test gemacht mit 100 Leuten, das hat lagfrei gepasst und wir wollen jetzt mal ein bisschen steigern, erst mal mit 125 Leuten und dann mal sehen. Und wer denn Lust hat, heute zu kommen, auch wenn es ein bisschen, äh, zu kurzfristig ist, äh, heute um 19.30 Uhr, wäre es cool, wenn ihr kommen würdet, ähm, ja, falls sich die Uhrzeit nochmal ändert, dann werde ich den Titel ändern, ähm, also dann, äh, heißt es nicht mal 1930, sondern der Titel sagt dann was anderes und auf den Titel hört ihr, was der Titel sagt, das ist Gesetz. Ähm, ja, gut. Ja, das wäre cool, wenn ihr da kommen würdet, ich bin auch da, äh, auch wenn nicht lange, es ist jetzt nichts Geplantes, es ist, also, es ist schon ein bisschen geplant, ähm, ähm, aber es ist jetzt nichts vorgesehen, wir machen nichts Tolles, es ist einfach nur mal kurz, dass ihr draufkommt, um die Maximalkapazitäten auszunutzen, also, äh, erwartet da jetzt nicht, dass wir ein großes Event machen, ne, also, es ist gar nichts, also, es wird der totale Chaos, aber, ähm, ja, ohne geht's halt nicht, wir müssen das halt testen. Ja, wäre cool, wenn ihr kommen könntet, und wie gesagt, wenn die Uhrzeit geändert wird, steht es in dem Titel, und wenn nicht, dann ist es halt 1930. Ja, und dann vielen Dank fürs Anschauen, wir sehen uns das nächste Mal, ich hoffe, wir sehen uns auch heute Abend, schön, dass ich auch nur schnell bin, ich hab's ein bisschen eilig, und, ja, wir sehen uns dann, und haut rein, bis dann, ciao.